Das ist mein erz, das ist jetzt Play, mein Kumpel nimmt auf, dann sagt er hallo. Hallo! Und ich komm hier und ich wett' nach Flöte, falls ich mir reden muss. ja ja die ganze Zeit nein du darfst Klaue Hänge benutzen und ich die ganze Zeit abjusen das heißt die ganze Zeit benutzen also das ist schon aber nicht dauerhaft am besten oh wie traurig eine Runde mit Leid bitte alle Mann und ja jetzt sind auch schon vier stück in diesem Raum ich spiele auch nicht so lange MicroVolts falls ihr euch wundert warum ich jetzt so schlecht bin eigentlich ist der Andreas im Game heißt er Mr. Aim eigentlich der MicroVolts Zocker ich zocke eher Ego Shooter und halt lasst Chaos wie ihr in den anderen Videos bestimmt schon gesehen habt falls ihr die geguckt habt wenn nicht guckt schnell nach ja genau das ist jetzt mein drittes Video mein erstes mit Andreas zusammen und da hab ich ihn noch grad gesnackt Andreas willst du was zu der Map sagen oder zu den Waffen oder was weiß ich was für scheiße jetzt erklär doch mal du bist doch jeder MicroVolts Spieler nein du mein Level 23er haben ja 23er ja Level 23er also erklär mal worum geht's denn hier überhaupt und ich bin natürlich runtergefallen mit 35er KD nicht grad der beste der Andreas mit 34er KD naja ja ja also falls ihr euch fragt ich bin der Hatecore und Andreas ist halt so oder Style ja der A wie schon gesagt HC das ist mein erstes Video jetzt eigentlich wo ich mit spreche da ich meine Stimme nicht gerade so mag aber mal gucken wie die andere drauf reagieren also ihr äh angeschossen fragt was hast du denn für den Sniper mal gekauft ja 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 cool ist sie teuer weil du bist weißt ja ich bin ja 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 du weißt ja ich bin ja eher so der Sniper und du der Ruscher mit der Minigun und so ja 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 ich hoffe es ging nicht zu spiel mit der Minigun das stimmt ja noch äh jetzt dritte mit da aber ich glaub der macht grad selber ein Let's Play und wollte das mit hochladen heißt zwei MicroVoltz Let's Plays auf einmal er heißt Ayaka voll der schwule Name ich weiß keine Ahnung irgendwie voll der Anime Freak was soll man zu schon sagen Anime verrät eigentlich alles ja ja ich hoffe das wenn die damit kommen mit ihrer Scheiß ja ich hab dich ich hab dich also ja vielleicht werden mehr MicroVoltz Videos kommen vielleicht nicht ich werte es damit MrAime andre querstrich Andreas besprechen ob wir noch mehr Videos von MicroVoltz machen sollten gucken wie die Aufnahme gelingt ja schreibt einfach in die Kommentare ähm wir noch mehr machen sollten ich mach 4-1 ist das einfach ja ob wir mehr machen sollten oder ob ich Left 4-Dead anfangen soll lass Chaos weitermachen da war auch ein paar Euro und war auch ein paar ich die inhalt viele Games haben die Warte 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 900 Nein der ist schon bei der tausendsten Folge schon längst vorbei Nein doch ich hab gestern doch erst noch das neueste Video geguckt ja der ist noch bei 999 äh 9 äh 9 äh 9 äh 9 nein der hat doch jetzt letzte Malz gemacht wo ist das Schaf oder so heißt das weißt was ich ja mal gucken wie das hier heißen soll falls jemand auch mal Lust hat mitzumachen Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich raste nicht, ja. Ich raste nicht da. Ach, die alten sind sehr schlecht. Ja, genau. Sagt dir, der fast ein Jahr Microwold spielt. Mit nem... 8,16 KD. What the fuck, Alter. Ich bin besser als du und spiel das viel weniger. Ich weiß, fang einfach an den KD. Hä? Ich fang einfach an den KD. Ja, nur weil du ohne Minigun, ne? Ey, ich meine Minigun, wenn der Knochen hoch fangt. Ihr könnt ja, ähm, den zu machen, mein Kollege. Mein Kollege, ey. Falls ihr mal wollt, dass ich eins gegen ihn mache, dann schreibt es halt auch in die Kommentare. Ihr könnt halt alles in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Außer Scheiße. Na, hier treiben sie mir Kommentare. Das wäre zu lustig. Na ja, also ich werde versuchen, viele Videos zu machen mit denen. Wir gehen auf eine Schule, gieße eine Klasse unter mir. Er schlägt mich immer. Ich schlag ihn immer. Hehehe. Er ist so das Schulopfer eigentlich, aber ganz korrekt. Nur Opfer am Boden. Ja. Falls ihr nicht wisst, was Opfer am Boden ist. Wir schubsen ihn einfach auf die Erde, treten ihn ein paar Mal in den Bauch oder ins Gesicht. Kommt drauf an, wie wir treffen. Und danach lach ich auf dem Markt. Und danach lacht er oder heult er. Wir machen natürlich nicht ganz so fest keine Lust, Ärger mit den Aufsichten zu bekommen. Ich hab noch nie, wir heute nicht lachen, wo wir nicht durchdrehen sind. Das war einfach voll leid. Ja. Das geilste war immer noch, letztes in der Schule, wo mich eine Lehrerin gefragt hat, wie ich heiße. Ich sag meinen echten Namen und die glaubt mir natürlich nicht. Dann komm ich raus. Ich heiße Günther Jauch. Sie haben die Million gewonnen und das fand sie nicht ganz so klasse. Naja, selber schuld, wenn sie mir nicht glaubt. Hey, Headshot. Ich hör mal, Ava kann ich nicht voll weg. Ja, 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 sagen sie alle. Ey, es gibt viele neue Waffen, ne? So eine Schrotflinte gibt es jetzt auch. Ja, meine, die machen die nicht. Aber ich dachte, was kaufte ich jetzt? Nein, vom Schrot. Wofür Schrot? Ganz ehrlich, wir haben auch jetzt eine permanente Schrot. Das wäre voll die Geldverschwendung gewesen eigentlich. Hast du die Waffe permanent? Ähm, naja, aber meine Umhänge sind nicht angegeben. Das muss man sehen. Ja, ich hab sie auch permanent, die Umhänge und permanent die... Nur meine Umhänge ist eins besser. Auf was hast du denn deine Umhänge gelevelt? Auf eins nur. Einmal die KW-79, das ist die Schrot hier, mit der ich rumlaufe. Und einmal... Hör doch mal auf mich zu töten. Ich muss den Namen auch nachlesen. Und die Daredev. Ah, das ist einfach. Daredev ist mit Schaden erhöht 1, eine Minigun, die eigentlich gar nicht mal so schlecht im Zombie-Modus und auch im natürlich normalen Freik für alle und Team Deathmatch. Da die eigentlich nicht nach... Da sie nicht nachladen muss. Nein, lass mich ausprobieren. Lass gleich noch eine Runde Dings machen. Und naja, ich sag dir mal Tschüss, ne? Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.